Haar wie Höschenwindel. Eine Höschenwindel hat einen Schnitt wie eine Wegwerfwindel. Sie kann entweder mit Druckknöpfen geschlossen werden, wie in diesem Fall, oder aber mit einem Klettverschluss. Die meisten Höschenwindeln benötigen noch eine zusätzliche Überhose als Nässe-Schutz. Entweder ist diese Überhose dann aus Pulm oder aus Vlies oder aus Wolle. Untertitelung des ZDF, 2020